Wie geht es Ihnen, wenn die kalte Jahreszeit kommt? Werden Sie niedergeschlagen? Haben Sie eine Winterdepression? Wie geht es mit Ihrem Immunsystem? Werden Sie leicht krank in der kalten Jahreszeit? Laut Ayurveda hat das damit zu tun, dass durch den Jahreszeitenwechsel Ihr Körper belastet ist. Und deswegen empfiehlt der Ayurveda eine Reinigungskur im Jahreszeitenwechsel. Das führt dazu, dass Sie Ihre Altlasten loswerden, dass Sie Ihr Geist-Körper-System optimal darauf vorbereiten, fit für die kalte Jahreszeit zu sein. Und innerhalb von 17 Tagen bereiten Sie sich vor, richtig gut durch die kalte Jahreszeit kommen zu können.